ja und damit ein ganz großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zockerfreunde zu einer weiteren folge the walking dead staffel 1 ja wir sind dabei eine batterie zu finden beziehungsweise benzin und medikamente ja beziehungsweise sind halt jetzt hier in der werkstatt und suchen nach einer batterie wir haben hilda bekommen von der lieben molly womit wir jetzt den hydraulik schlauch durchstechen was auch immer das jetzt für einen sinn haben soll abwarten okay no shit i'll try to hold my hurry there's the battery finally something goes right still attached to the terminals Na, am Ende ist jetzt der Lärm weg. Oh, ja. Great, now what? Skylight. It's shut. Shoot it out! Okay, so, now we're on a roof. Do you ever stop complaining? Come on. Come on, what are you, chicken? Jump! I don't know, man. Seid komisch aus. Ich dachte schon, der stutzt, äh, ab. Come on. Later. Something I gotta do first. Catch you later. Wait, you've still got the battery. Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. Molly! Goddammit, what the hell is she doing? Äh, gut. Ich weiß gar nicht. Gehen wir jetzt wieder zurück. Little help! Little help here! Doors won't close all the way! Lee, do somethin'. We got it! Break the door with somethin'! Did they hold? They damn well better. There are so many of them. You got the fuel. Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. Give us a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn ton. Du bist zurück! Ja, und wir haben es ziemlich gut gemacht, auch. Großartig, Kenny. Wie geht's mit der Tür? Nicht so gut. Hier, ich gebe dir eine Hand. Du hast die Batterie noch? Ja, Molly hat sie. Sie sollte hier wieder zurück. Sie besser sein. So, dann quatschen wir erstmal mit allen. Brie? Hey, Lee. Danke für all deine Hilfe da hinten. Ich glaube, wir würden es ohne dich machen. Keine Probleme. Wir sind alle auf dem gleichen Team. Also, du bist ein Cancer-Servivor, wie Vernon und die anderen. Ja, ich wurde Diagnose, als ich in der Schule war. Ich habe schon seitdem, dass ich eine Behandlung gemacht habe. Wenn ich glaube, dass ich eine Hoffnung habe. All das passiert. Ich habe meine ganze Familie verloren. Ich bin der einzige, der überlebt. Funny, wie Dinge funktioniert, huh? Wie lange haben Sie gesehen, Vernon? Ein paar Jahre. Er hat unsere Unterstützung-Servivor. Er war wirklich großartig, helping mir kommen zu terms mit meiner Krankheit. Aber wie kann man sich mit einem solchen, mit einem Ort, wie Crawford? Ich weiß nicht, was ich oder die anderen Survivoren würde tun, ohne Vernon. Er ist derjenige, der uns zusammengehalten hat. Kept uns alive. Was du denkst, über diese ganze Krankheit? Ich würde nicht sagen, über es. Zu viele, sehr viele Erinnerungen. Auch hier ist mir ein schlechtes Gefühl. Auch jetzt, mit allen deaden? Ich habe keine Sympathie für die Leute. Sie haben aus den sick und den olden. Even Kinder. Die die nicht able, die sich zu retten, so dass sie ihre eigenen Zähne zu retten. Was sie wohl sich jetzt tun hat? Na gut. Du bist okay, Clem? Ja. Diese Karte ist wie die, die wir in meiner Schule haben. Ich weiß, dass es lustig ist, aber ich vermisse es, zu sein, in der Schule zu sein. Es ist nicht lustig, aber ich auch. Aber du hast nicht in der Schule seit langem. Hey, ich bin nicht so alt. Und ich war immer ein Lehrer. Remember? Amerikaner Geschichte. Wo ist Molly? Sie musste gehen an den Arten. Sie wird bald wieder. Ich hoffe, sie ist okay. Sie wird gut. Sie ist ziemlich schwer. Ich glaube, sie wird bald wieder. Du denkst, dass Dinge immer wieder normal sein werden? Wie sie vorher waren? Ich glaube, dass jemand nicht die Antwort auf das, Clem weiß. Vielleicht gibt es jemanden da, zu arbeiten, um das zu fixieren. Eine Art von Hilfe, vielleicht. Es gibt einfach keine Art von wissen. Ich hoffe, dass ich so. Das ist gut. Du hältst auf diese Hoffnung. Es ist die einzige Sache, die das nicht auszunehmen kann. Ich weiß nicht, warum du diese Frau mit ihr glaubst. Wir kennen sie gar nicht. Sie hat deine Leben geholfen, nicht wahr? Ja, aber was hat sie für mich gemacht? Nein, warte. Es ist etwas, was du mit mir helfen kannst. Es ist etwas, was in meinem Geist. Ich könnte deine Meinung sein. Was ist das? Es ist Kenny. Seitdem ich ihn auf dem Boot verarbeitet habe, habe ich ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Er ist ein guter Mann, you know? Und es macht mich auf, zu wissen, was ich weiß. Ich habe mir gedacht, ihm die Wahrheit zu erzählen. Ben, komm mal. Das wieder? Es ist meine Schuld, Duck und Katja getötet. Wenn ich nicht auf dem Motor Inn zurückgekehrt wäre, sie würden immer noch sein. Wie soll ich einfach so etwas wie das? Ich muss ihn erzählen. Look, Ben, ich wirklich nicht mehr Zeit für das. Du verstehst nicht, Lee. Was soll ich machen, wenn er über Katja spricht und Duck spricht? Einfach schlafen und schlafen, dass es nicht meine Schuld war. Ich kann es nicht mehr machen. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wenn er bereit ist, es zu hören. Aber es ist nicht jetzt. Noch nicht. Ich höre dich. Ich werde wieder zurück. Okay, dann haben wir... ...mit eingesprochen. Keine Kraft, keine TV. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal raus. Das ist bloß nicht wohl lang. Aber ich würde jetzt sagen... Oder davon? Ne, da kann man nicht. Ja, das ist... Ich werde jetzt nicht mehr weg. Ich werde jetzt nicht mehr im Moment gewinnen. Okay, cool. Ja, soll ich die jetzt erschießen oder wie? Ja, schaffe ich doch nie. Okay, ich probiere es einfach. Ja, genau deswegen. Hä, Hauptsache man hat so viel Munition, naja. Ja, genau. Das ist unsere andere Problem. Okay, you get started. I'll take a look around, see if I can find anything useful. I'll take a look around, see if I can find anything useful. No tape inside. Vernon, Krista, come look at this. This is day 82 since the outbreak, 1547. Dr. Logan in consultation with patient Anna Correa. Oh God, oh God, oh God, oh God. As you know, the rules are very clear. The termination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. Anna, but you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence of a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm going to give you a sedative, it'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure, I want my baby. I can't do this, I can't do this. Anna, you don't have a choice. Now if you like, you can take some time with this, but I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. I'm sorry. Damn it, we almost had it. What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst kind. Lee, maybe there's another tape. We got to keep looking. I think I recognized that doctor. He was one of the walkers out on the alley by the auto shop. Maybe you should search it. See what he's got on him. Okay. Good. Dann würde ich sagen, ja, machen wir hier einen Cut, bevor es dann weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne ein Like und ein Abo dalassen und dann sehen wir uns mit der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis dahin und tschau tschau. See you next time. Bye.